Dieser Mann hat dem Goldstandard ein Ende gesetzt, Richard Nixon, der 37. Präsident der USA. Er hat 1971 in einer Ansprache verkündet, dass die Deckung des Dollars durch Gold ein Ende hat und damit hat er auch die lange Ära des Goldstandards beendet. Das ist jetzt 53 Jahre her und doch geistert ein Comeback des Goldstandards immer wieder durch die Medien. Aber was ist da dran? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ich bin Joachim Brandl, schön, dass Sie mit dabei sind. Es ist Ende August 2023 in Südafrikas Hauptstadt Johannesburg. Die fünf BRICS-Staaten Brasilien, China, Indien, Russland und Südafrika treffen sich zu ihrer 15. Konferenz und es geht vor allem um Unabhängigkeit. Mit einer neuen Währung will die Gruppe gemeinsam weg vom US-Dollar. Und diese neue Währung soll mit Gold gedeckt werden. Die BRICS-Staaten sind mit ihrem Fokus auf das Edelmetall aber nicht allein. Bereits 2020 wird in den USA über eine Wiedereinführung des Goldstandards diskutiert. Trump ist zu der Zeit Präsident und ein großer Freund von Gold. Wundervoll würde er eine Rückkehr zum Goldstandard finden, sagt er damals. Ein Jahr davor hat auch der Premierminister von Malaysia davon gesprochen, eine neue Währung einführen zu wollen. Und auch sie sollte durch Gold gedeckt sein. Das vermeintliche Relikt Goldstandard taucht also immer wieder auf. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn eine Währung durch Gold gedeckt wird? Hinter der Idee des Goldstandards steht ein ganz einfaches Konzept. Für jeden Geldschein, der von einer Notenbank gedruckt wird, hinterlegt die Bank auch eine entsprechende Menge an Gold. Dabei wird ein fixer Wechselkurs festgelegt. Als in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg der Goldstandard eingeführt wird, hat man den Preis pro Unser etwa auf 35 Dollar fixiert. Ein Wechselkurs, der dann über fast 30 Jahre gehalten hat. Zu diesem Kurs sollten US-Bürger ihr Geld jederzeit gegen Gold eintauschen können. Dabei ist die Idee schon viel älter. Das System des Goldstandards hat sich bereits um 1880 weltweit durchgesetzt. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges wurde die Einlösungspflicht von Banknoten in Gold aber von vielen Staaten wieder ausgesetzt. Ein letztes großes Comeback erlebt der Goldstandard dann eben 1944 in den USA im Zuge des Bretton Woods Systems. Historisch gesehen war das Edelmetall also extrem wichtig für die internationalen Währungssysteme. Es muss also Argumente dafür geben, oder? Befürworter des Goldstandards trommeln immer wieder, dass der Goldstandard ein Inflationsschutz sei und Währungen stabilisiere. Der Gedanke dahinter ist recht simpel. Gold lässt sich nicht unendlich vermehren. Und das gilt dann eben auch für eine Währung, die an Gold gekoppelt ist. Wenn also eine Notenbank mehr Geld in Umlauf bringen möchte, dann müsste sie auch entsprechend viel Gold kaufen. Mit der begrenzten Ressource Gold ist das aber schlicht nicht möglich. Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen, dann kann das schon funktionieren. Nehmen wir etwa die Frühzeit des US-Goldstandards und von Bretton Woods. Die geringen Schwankungen bzw. Volatilität der Wechselkurse haben den wirtschaftlichen Aufschwung in den Mitgliedsländern begünstigt. Und sie haben auch die Zahl der internationalen Bankenkrisen reduziert. Der Welthandel konnte sich auf ruhige Gewässer einstellen. Und durch die riesigen Goldressourcen hatte der Dollar damals auch Stabilität und Sicherheit vermittelt. Das war dann auch die Grundlage für den Dollar als internationale Leitwährung. Stabile Wechselkurse und keine Inflation. Das klingt ja eigentlich sehr gut. Es gibt aber einen entscheidenden Nachteil, den Ökonomen und Finanzexperten immer wieder betonen. Der Goldstandard ist für eine moderne Wirtschaft einfach nicht flexibel genug. Was macht ihn so unflexibel, vor allem für die Währungshüter, sprich die Notenbanken? Eine wesentliche Aufgabe von Notenbanken ist es, eine Währung stabil zu halten. Das heißt, die Währungshüter sorgen dafür, dass der Kurs der Währung nicht zu stark schwankt. Und ein Instrument dafür ist die Regulierung der Geldmenge. Wächst eine Wirtschaft, dann wird auch eine größere Menge an Geld erforderlich. Das ist ganz klar. Wenn mehr Handel getrieben wird, dann brauche ich dafür auch mehr Geld. Aber was würde das bei einem Goldstandard bedeuten? Wenn eine Währung an Gold gebunden ist, müssen natürlich auch die Goldvorräte wachsen. Und das ist durch die beschränkten Ressourcen von Gold aber ganz einfach nicht möglich. Die Geldmenge wäre bald zu gering und die Folge wäre eine Deflation. Also das Gegenteil der Inflation. Deflation bedeutet einfach gesagt, dass eine Währung an Kaufkraft gewinnt. Das klingt zunächst positiv, vor allem für die Konsumenten. Es bedeutet aber auch, dass die Profite der Unternehmen sinken. Sie müssten dann einsparen und Löhne kürzen. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Einkommen sinken, Privatpersonen schrauben den Konsum herunter. Zu beobachten war diese Entwicklung etwa in den 1930er Jahren. Sie führte damals auch zum Ende des Goldstandards. Der Goldstandard würde also kurz gesagt ein wichtiges Instrument der Notenbanken außer Kraft setzen. Die Regulierung der Geldmenge. Dass die BRICS-Staaten trotzdem über einen Goldstandard sprechen, hat auch symbolische Gründe. Das dürfen wir nicht vergessen. Gold vermittelt immer noch Sicherheit und Stabilität, weil Gold als Inflationsschutz und als sicherer Hafen dient. Wenn sie ihre Währung durch Gold decken, versprechen sich die BRICS-Staaten also internationales Vertrauen. Die Folge wäre eine Aufwertung der BRICS-Währung. Aber im Endeffekt sind das alles Spekulationen, denn die überwiegende Mehrheit der Ökonomen und Finanzexperten sagt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr zum Goldstandard sehr gering ist. Dem Goldstandard fehlt einfach die notwendige Flexibilität. Die Diskussionen rund um die BRICS-Währung sind seit der Konferenz im letzten Jahr auch wieder eingeschlafen. Und auch in den USA und in Malaysia ist der Goldstandard kein echtes Thema mehr. Ob eine Wiederwahl von Ex-Präsident Trump daran etwas ändert, kann man derzeit noch nicht sagen. Wir schauen jedenfalls gespannt über den Atlantik. Glauben Sie, dass es zukünftig eine eigene Währung der BRICS-Staaten geben könnte? Wir freuen uns über Ihre Meinung gleich hier unter dem Video oder per Mail an tvstudio.at.filoro.com. Lassen Sie uns ein Like da und wenn Sie schon dabei sind, klicken Sie am besten auch gleich auf Abonnieren und helfen Sie uns damit weiter zu wachsen. Das war es für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020